Ansage machen. So, jetzt sind wir wieder da. Alter, es ist einfach viel zu laut. Oh, ich bin zu laut. So, ja, und zwar folgende Sache. Jetzt kam gerade Samiboy, greift noch wer an? Kam gerade noch online und schrieb, wir kommen, das schafft ihr. Ey, Alter, jetzt nur noch eins. Besuch ihn mal kurz, oder? Willst du ihn kurz, hat er Truppen am Start? Er sagte für ein CW, also muss, ich habe ihn gerade noch mal. Okay, er hat Truppen am Start? Genau. Er hat Truppen am Start, okay. Ich habe ihm Lava-Hund gejammt. Okay. Und jetzt, egal was geht, Hauptsache nur noch. Ey, oh, Alter. Mein Gott. Ja, nee, 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 habe ich jetzt nicht, egal. Oh mein Gott, Mann, komm. Bitte jam. Wie, Michael auch noch? Warte, kleinen Moment. Guck, 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 guck. Guck schnell, nicht da, da. Da, da, oh, jetzt warte. Mein Team. Michael hat auch noch einen. Alter, was? Alter, was? Ey, wir machen die mit Tumpe. Wie machen die das, Mann? Alter, die haben ja richtig übel Zeit, Alter. Bitte jam und so. Alter, 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 Alter. Mir geht so der Stift, Alter. Er ging mir noch nie so hart. Echt. Oh mein Gott, drei Minuten. Die müssen jetzt angreifen. Die müssen noch richtig zu splashern. Oh, Alter, ey, komm, Adrenalin. Was warten die? Adrenalin pur. Jetzt hat mich gejammt. Egal, egal. Macht Angriffe. Jetzt locker, die vergessen irgendwie ihre Helden oder so ein Scheiß, weil es jetzt übel hektisch ist. Oh Gott, jetzt kommt schon. Alter. Oh Gott. Alter, drei Minuten. Meine rechtlichen Sachen gejammt. Ja, komm. Michael, drei Minuten. Alter, das gibt's nicht. Im letzten Video waren wir so übelst Depri und jetzt auf einmal. Alter, das ist richtig so die Primetime. Also dieses Video muss 20.15 Uhr rauskommen. Schreib mal, schreib mal in den Chat drei Minuten nur noch, Alter. Die müssen jetzt angreifen, Mann. Drei Minuten. Let's go. Let's hoi, egal. Let's hoi. Let's hoi. Und jetzt greifen sie beide den gleichen an. Oh. Neun. Ja, genau. Vollkommen richtig. Vollkommen richtig. Easy, three star und fertig. Scheiß drauf. Alter, mir geht grad so der Stift, Alter. Mach Kid Trill. Alter, macht. Er macht sieben zu. Alter, läuft. Alter, macht. Hä? Warum denn zuerst, Digger? Die müssen gleichzeitig machen, sonst kann einer nicht langgreifen. Ja, klar, klar. Zeit gleich machen los. Alter, macht jetzt. Greift an, Leute. Zwei Minuten. Auf was warten die denn? Ich weiß nicht, auf was sie warten. Echt. Ihr seid, wie gesagt, live dabei und ich kleck an meinen Tisch fort. Egal. Scheiß drauf. Oh. Alter, mir geht... Nee. Hä? Ich weiß nicht, was sie machen. Ich weiß es nicht. Schreibt zwei Minuten. Greift jetzt einfach an, ihr kleinen Missitz. Oh Gott. Wie, wie ist das, wenn die Zeit abläuft? Im... Dann ist es vorbei. Sie können... Die müssen... Wenn die Zeit mittendrin abläuft, dann weiß ich nicht, ob es da noch als gewinnt wird. Ja, wir werden es gleich sehen, weil die Zeiten gehen gar... Ja, kein Stress. Alter, hast du die Zeit gesehen, Junge? Hä? Weil der Fail ist, wenn es ausgeht, während die angreifen und dann die Zählesternen, die man bis dahin erreicht hat, dann haben die verkackert. Dann ist es verkackert. Alter, äh... Samiboy, Alter, hast du Nerven aus Stahl, oder? Ich glaube, die lesen da irgendwie eine Stunde oder so. Eine Minute nur noch. Ja, kein Stress. Alter, was? Hä? Das zählt, glaube ich, nicht, ne? Ich weiß es nicht. Ich... Wir werden es heute sehen. Wir werden es heute... Sehen. Ich glaube, das ist jetzt verkackert. Hä? War... Dicker! Ja, ich mache Video. Oh mein Gott. Ey, die verkackern es jetzt gerade. Ey, Alter! Ey, bitte! Ey, die verkackern es mir einfach nicht mehr! Ich sehe so die Zeit so... Hä? So, hier. Da, 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 da! Oh! Beide! Oh, je! So. Oh mein Gott. I don't have a plan, Alter. Hallo, Mama. Ja. Ja, genau. Gusu am Rasten. Ganz genau. Da hat einer richtig Ahnung. Mann. Das wird laufen. Was jetzt? Ne, ne, das glaube ich schon, dass das läuft. Aber, äh, ja. Egal, das... Glaub mal, das glaube ich nicht, dass Samiboy das verkackt. Er muss einen Three-Star hauen, ne? Er muss einen Three-Star hauen. Das, 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 das... Er hat doch drei Hunde. Er lockt erstmal alle Bomben, glaube ich. Ah, okay. Ah, okay. Er wollte, er wollte den Drachen. Okay. Okay. Gucken wir mal. Hm. Hm. Sorry fürs Essen. Ich bin gerade so eskalativ drauf. Sorry. Stirbt der Drache davon? Ne, ich glaube, der hat gar keinen Bock dazu, oder? Doch, der hat zwei Giftspaces gesetzt. Doch, ah, der hat zwei gesetzt, okay. Sehr schön, komm. Jetzt hau ich weg. Und jetzt errazert so hardcore ab, Alter. Äh, geil, erstmal geil, direkt die Crew rein. Der Klankrieg ist bereits um, ne? Er ist jetzt schon um. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt verloren oder gewonnen habt. Nein, 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 wird's gezählt. Sicher? Nö. Ja, genau, Filewalker. Such mal schön Programme hier am Arsch. Stopp. Es wird tatsächlich gezählt. Der Klankrieg ist gerade bei null Sekunden, weil ihr noch angreift. Oh mein Gott. Naja, das Ding wird hoffentlich gerazert hier. Oh mein Gott, kommt schon. Alter, wenn er das verkegelt? Der Michael verkegelt gerade. Er schafft einfach nicht. Michael hat verkegelt. Wenn er es jetzt nicht schafft, hat es verkegelt. Ach nein, komm. Es ist verkegelt. Ey, was gibt's? Ey, erzählt mir doch deine Scheiße, Junge. Es ist verkegelt. Das ist nicht euer Fooking ernst. Es ist trotzdem verkegelt. Ey, bei dieser... Alter, ich hör auf, Alter. Ich lösche COC. Lol, ihr werdet auch nochmal angegriffen. Ey, zieht euch das bitte rein. Guckt mal. Es waren drei Hunde. Vier auf sieben. Hä? Er hat vier Hunde. Er hat vier Hunde gehabt. Ihr habt noch einen Stern kassiert. Wir haben zwei Sterne noch kassiert. Ja. Das war 21 zu 20. Ja, guck mal, guck mal, wie viel, was das Kriegsereignis ist. Einfach 81,3 Prozent Zerstörung bei euch beiden. Beide. Beide. Aber trotzdem drei Sterne mehr. Es wurde so hart verkegelt, Alter. Oh mein Gott. Nein, ich weiß gerade echt nicht, was ich dazu sagen soll. Alter. Mir fehlen halt gerade einfach so übel die Worte. Ich kann nur einfach sagen, ich bin nicht schuld. Ich bin nicht schuld. Also da müssen wir jetzt einfach mal wirklich erstmal einen Greenwalk raushauen. Der muss halt einfach mal sein. Oh Mann, Alter. Das hat ja jetzt richtig geschmerzt, Mann. Alter. Was denn klar kriegt, Mann? Ich komme halt absolut gar nicht drauf klar. Die werden so hardcore gelacht haben. Nee, 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 sorry. Da fehlt mir alles. Da fehlt mir... Alter. Das waren vier Lava-Hunde. Ey. Weißt du was? Vier Lava-Hunde. Ich weiß gar nicht, wie man die verblasen kann in der Base. Vor allem, weil die ja nicht mal maxt. Hä? Ah, bin ich im Klankrieg dabei? Mua? Nö. Sag nicht, wir machen schon wieder Klankrieg. Ja, ja, irgendwer hat gestartet. Nein, auf keinen Fall. Brech schnell ab. Bitte nicht, Alter. Und pack mich mit rein. Geh ins Klankrieg. Du musst jetzt abbrechen. Nein. Nein. Abrich. Und wenn wir Klankrieg machen, pack mich mal mit rein. Bitte, danke. So, kleinen Moment. Also erstmal muss ich raus. Weil ich hab mein... mein King nicht drin. So. Jetzt gehen die auf meine Base und denken sich, wow, was soll denn das hier? Ich sehe so aus, als wäre ich komplett inaktiv, weil alle meine Abwehranlagen leer sind. Jetzt suchen wir uns hier noch einen schönen Gegner, aber das... Nein. Äh, das war ja... Alter. Nein. Wie gesagt... Ich bin halt trotzdem nicht drin. Bitte, helf man. Tut mir sorry. Wie gesagt, ich muss jetzt erstmal kurz was essen. Das geht gar nicht. Das ist so eine Standard-Base hier oben. Muss ich echt sagen. Habe ich immer wieder, greife ich aber nicht an. Ist mir mit Queenwalk zu heiß? Was gönnst du dir eigentlich gerade an Essen? Müsli. Easy. Ja, wie gesagt, sorry für alle. Das ist nicht irgendwie, dass ich jetzt sage, oh hier, ähm, ich scheiß da auf euch oder wie auch immer, ähm, die, die Sache ist halt wirklich, ich hab jetzt, boah, die Aufregung war halt hardcore. Nee, vor allem an sich, wir haben gedacht, wir haben den Klankrieg verloren, Guzo holt sich was zu essen, er kommt wieder, hä, auf einmal greifen noch zwei, zwei Leute an. Guzo hittet den Rekord, äh, Rekordbutton direkt. Und, ja, gut. Ich dachte mir auch, Juhu will gewinnen noch in der letzten Ecke hier und dann kommt sowas. Ja, das war dann wohl ein bisschen zu... Aber, aber ganz ehrlich, das war doch nicht absehbar, oder? Ich meine, mit vier... Ja, mit 10.000... Nee, das ist echt, oh. Also sowas... Also wir, wir könnten es halt wirklich den CW-Fail, wie auch immer, nennen, also... Weil die, die prozentuale Anteil, der, der prozentuale Anteil an Fails in dem CW ist schon ganz schön krass gewesen. Ja. Das stimmt. Aber es ist halt schon, oh. Wie du es gerade sagst, oh, also einem fehlen da echt die Worte. Es war halt einfach richtig gesuckt, irgendwie. Mhm, jo. Aber auf ganzer Linie. Ich glaube, ich muss mal gucken, dass ich hier noch einen suche. Aber wie gesagt, schade, dass die Dragos halt wirklich so extremst teuer sind. Weil die haben mir mittlerweile echt richtig, richtig, äh, habe ich gefallen an denen gefunden auf jeden Fall. So. Ah, schade. Ist halt wieder... Hier könnte man halt auch sagen, man räumt unten auf. Weißt du? Dass man unten halt den Three-Star raushaut. Das Easy-Reiter. Äh, den Three-Star. Den One-Star mit den 50 Prozent. Easy-Wake-Klicker. Na, aber dann läuft es wieder kurz. Aber guck mal, wenn... Hm, ach nee, ich bin da ein bisschen Schisser. Schisser-Müssel. Ey, mir geht das nicht aus dem Kopf. Echt nicht. Ich meine, im Nachhinein kann man sich sagen, gut, okay, wir hätten eh verloren, weil die anderen noch zwei Sterne dazugesetzt haben. Aber... Ja, das kann ja, stimmt. Das kann man natürlich auch sagen, aber... Hier haben wir wieder einen Town Hall 9er. Und wir haben auch gar nicht so verkehrt Loot. Das geht. Und, ja, viele haben sich natürlich gesagt, oh, hier, komm, ich will wieder Queen Walk sehen. Merke ich ja immer wieder. Also, dass das halt wirklich einfach, ja, gefordert ist. Und so finde ich das eben auch richtig. Also, wirklich, ähm, ihr seht's halt bei mir. Wenn ihr halt, wie gesagt, sonst so CW-Action oder was auch immer sehen wollt, da gibt's halt wirklich tausend andere YouTuber dafür. Und bei mir ist halt wirklich Queen Walk. Aber halt wirklich jetzt momentan... Sehe ich halt wirklich, dass ich jetzt, wenn ich nochmal hochgehen sollte, nochmal krasser hochgehen, dann würde ich auch wirklich gerne mal einfach nur mit Dragos und, äh, dass ich einfach mich schneller hocharbeite, weil ich dann halt einfach wirklich sagen kann, gut, okay, komm, hier, easy to's da mal gemacht und dann einfach mal 20 oder 25 Pokale bei einem Run, anstatt da irgendwie mit drei oder zwei Pokés hochzugehen. Und dann in Champ 1 vielleicht nochmal zu sagen, gut, okay, komm, hier, jetzt weiter mit Queen Walk. Jetzt haben wir, ja. Das stimmt natürlich. Jetzt gucken wir mal. Ich weiß gar nicht, was ich in der CB habe. Aber die lasse ich jetzt hier ganz chillig durchlaufen. Und jetzt gucken wir mal. Sobald hier der Bogieturm auch anfängt, fang ich an... Na, ich muss jetzt schon, weil nämlich die Luftabwehr sonst anfängt hier gerade, meine Heiler hier schön zu killen. Gucken wir mal. Was echt extrem krass ist, ähm, auf Camcord, ne? Ja. Gibt's ja jetzt mittlerweile so Sterne, die man senden kann, ja? Ja, hab ich gesehen, genau, hab ich gesehen im Stream. Und an sich ist das echt eine ganz nice Idee an sich, weil, ähm, keine Ahnung, ich finde es halt irgendwie ganz nice. Ja, vielleicht stream ich dann jetzt auch demnächst mal wieder. Wegen den Sternen, stimmt's? Nee, nicht nur, aber vorher... Guck mal, wie sie hier läuft, schön. Jetzt laggt Camcord auch irgendwie nicht mehr so extrem. Früher hat es ja so ultra viel gelaggt und voll viele wünschen sich irgendwie, dass man mal wieder streamt. Willst du eigentlich mal wieder streamen? Oder hast du das wirklich so für dich komplett auch von der Zeit her und so abgegrenzt? Ähm, nee, 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 nee. Also wie gesagt, für Specials auf jeden Fall, ganz klar. Aber, äh, ja, erst mal nur dafür, weil es halt wirklich so ist. Also man sieht ja wirklich, du weißt ja selber, wie viel Zeit du halt eben raushaust für die normalen Videos. Wenn ich halt jetzt sage, gut, okay, ich stecke da nicht mehr so viel Zeit rein, okay. Aber man ist ja YouTuber und nicht Streamer. So sehe ich das. Also, wie gesagt, das ist immer eine richtig coole Nummer, wenn man halt noch einen Stream am Laufen hat, logisch. Aber für mich geht halt YouTube mehr vor, muss ich ganz ehrlich sagen. Weißt du, wie ich es meine? Dass ich halt sage, gut, okay, dann stecke ich die Videos oder die Zeit lieber in Videos. Okay, ja, ja, klar. Irgendwie schon. Und vor allem ist halt YouTube auch irgendwie so die größere Basis, wo du halt mehr, wo es halt wirklich die meisten sehen. Weil wenn jemand beim Stream halt keine Zeit hat, dann kann er den natürlich auch nicht gucken. Doch, im Nachhinein. Auf Camcote, ja. Aber wer guckt sich denn... Du guckst halt im Nachhinein keinen Stream an, ja. Ja, ja, wollte ich auch gerade sagen. Also ich finde, wenn man einen Stream guckt, man live, aber nicht irgendwie dann nicht live. Ja, klar. Das ist dann einfach ja so ein ewig langes Video, wo man dann halt ja gar nichts mehr checkt, weil es dann halt irgendwie nicht... Ach, keine Ahnung. Weil es dann nicht mehr live ist, Mann. Ja, ist halt irgendwie so. Hier sehen wir, wie die Queen halt noch easy die 50% holt. Und eventuell sogar noch das Goldlager snackt, aber ich glaube eher, die geht auf den dunklen Bohrer. Aber gucken wir mal. Ja, schön, das Alex. Ja, ich brauche es, weil... Hört sich auch komisch an, aber... Weil die Drachen halt einfach mal wirklich richtig schön das Alex richtig aufbrauchen. Aber es ist halt echt... Jetzt geht es wieder auf die Mauer. Ja, egal, egal. Wow. Cooles Ding auf jeden Fall. So, jetzt gucken wir, was wir reißen können. Wir haben hier nämlich noch Heiler. So, jetzt bauen wir unsere schöne Drachenarmee. Wird das Video gerade nicht irgendwie wieder übelst lange? Oh, sorry. Sorry, Leute. Sorry. Wir haben so viel zu erzählen. Nee, nee, aber um ehrlich zu sein, mir fällt gerade so auf, so, warte mal, hä? In dem Video haben wir doch auch eben noch gerade den ultraknappen CW gemacht. Warte mal. Schweine und Beben. Macht sich sehr gut. Dann habe ich wirklich Schweine für die Angriffe, sprich also für eine Luftabwehr, die ich eventuell killen kann. Dann meine Queen für eine weitere im besten Fall natürlich. Und dann jeweils zwei Blitz und ein Earthquake für jeweils eine Luftabwehr. Und dann passt das auch. Damit wollen wir auch wieder Schluss machen. Und dann seht ihr, wie gesagt, hoffentlich im nächsten Video mal ein paar Drachenfights. Ja, wenn es euch gefallen hat, beim Disiax vorbeischauen. Und wenn nicht, dann geht da zu ihm. Und dann drückt einfach den Dislike-Button. Alles klar. Wir wünschen euch was. Haut rein. Ciao, ciao. Ciao, ciao.